ja hallo und herzlich willkommen zurück noch mal auf ein neues in diesem level abschnitt okay mädel du gehst mir hart auf den brenner hey mädel okay dieses mädel geht mir echt hart auf den zender so die ist aber ganz schön lange gestorben das muss man ja lassen die hat sich das nicht nehmen lassen ihre show hat für eine gäste ok ok das war der nächste zack wollen wir aber erstmal ein bisschen auf und können uns um den dicken da oben da habe sich nicht nehmen lassen der gute jungen hier so alles klar ich habe gerade ein bisschen was ausprobiert und ich dachte was soll der lief und der ist da oben kommen wir nicht rüber also klatsch war als nächstes fader abraham da oben verdammt verdammt da war natürlich kacke das habe ich mir anders gedacht ihr wikinger hat uns zu viel ok ach shit 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 der typ ist hart und jetzt in erhöhter position was mir alter das hast du nicht das hast du nicht umsonst gemacht jung so oh manche leute manchmal gehen die haben echt hart auf den sack wenn die hier aus irgendwelchen türen und schlitzen kommen na jo ok zack friss tactic oh oh shit 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 oh wow 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 junge oh shit mold moment der liefert uns das ist verdammt harter typ und außerdem bin ich diese runde auch gerade ziemlich schlecht muss ich zugeben ok da wäre es mal genug doch jetzt auf den sack Junge schade ich dachte ich krieg seinen Angriff noch mal geblockt Gott sei Dank den Zweikampf konnten wir für uns entscheiden nach fehlendem Skill ok Na komm schon, lass dich töten! Hey! Wo? Warum blockt der? Und für seine Schandtat hat er zu bezahlen. Oh, jetzt sind diese Lutscher schon wieder hier. Mann, dieses kleine Fußvolk ist echt manchmal halt mega nervig. Okay, Gott sei Dank. Habt ihr es gesehen? Und zack! Kupfer! Oh! Tut mir leid, das war keine Absicht, das war keine Absicht! Hier liegen viele tote Daimyo rum. Ich musste einen Krieg verhindern. Schätze, der Kaiser hat sich in euch geirrt. Unsere Nachbarn sind hartnäckig. Ja, das sind sie. Sichert das Dock! Wir treffen euch dort! Geil! Okay, dann wollen wir fett das Dock sichern! Puh! Auf geht's! In die Schlacht! In die Schlacht! Sichert das Dock! Als ob das so einfach wäre! Ach, Schweller! Zack! Und, zack! Und, ich weiß nicht, ob das noch der Link ist! Schnappen, bevor sie mit ihrer Beute abziehen konnten! So! Wupp! Das war ne geile Aktion von mir, muss ich zugeben! Oh shit! Rückzug! 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 Wir brauchen gerade etwas aus Dauer! Cool! Der brennt ne Runde! Okay, Junge! Oh, das blockst du! Oh, tschuldige Dude! Und! Exekution! Entschuldige! Das ist gerade hier so ein Massen... Der haben wir gerade eiskalt! Ich hasse die Kinder! Schützen! Vergesst den Befehl! Wir haben Dringenderes zu tun! Apollion gab ihm den Palast! Es erfordert mehr als einen Palast, um über uns zu herrschen! Wir stoßen den Emporkömmling vom kaiserlichen Thron! Und! Auch dieses Level ist geschafft! Wir haben ein bisschen natürlich wieder gekriegt! Geil! Henker Stufe 2! Ja, das war's! Also, so viel Belohnung haben wir jetzt nicht bekommen! Wir können also quasi ins nächste Level starten! Allerdings denke ich werden wir das dann in der nächsten Folge machen, dass diese Folge wieder ein wenig kürzer wird! Monats führte Ayu ihre vereinte Armee vor den Palast des Kaisers! Nun waren nur noch zwei Daimyo übrig! Sie und Seijuro! Dieser Orochi aber würde den Lauf der Geschichte bestimmen! Ja! Und wie gesagt, diese Mission, die machen wir... Oh, wie schön das einfach aussieht! Ähm, spielen wir dann in der nächsten Episode! Das wird mal eine kürzere Folge! Weil, naja, jetzt das Level anzufangen und dann die Folge zu unterbrechen finde ich immer so ein bisschen unschön! Also, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder! Hoffe ich natürlich! Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag! Viel Spaß! Denkt immer daran! Bleibt ehrhaft! Und... Ja, das war's schon! Ciao! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020